Swipe jetzt bloß nicht weiter, ich schwöre, das was du jetzt gleich hier sehen wirst, hast du noch nie in deinem Leben gesehen, okay? Nur Rule 1 kennen wir alle, Ehrenkodex, brichst du nicht. Du fährst einfach drauf und hoffst, dass der Ball irgendwann reingeht, am besten nicht in dein eigenes Tor. Aber mein random Teammate, auf den müsst ihr gleich mal achten, ja? Er denkt sich, wenn ich die Rule 1 nicht breche, dann, äh, ja, äh, er bricht einfach die Rule 1 für mich. Habt ihr sowas schon mal erlebt, wer findet das gerne mal in die Kommentare. Ey, das erste Mal in sieben Jahren Rocket League, dass ich sowas erlebt habe, aber wir kassieren sofort Karma instant und die Gegner schreiben es auch, Karma vollkommen verdient.